Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der dritten Sendung «Best aus Swisscaster bewegt», heute aus meiner alten Heimat aus dem Kanton Thurgau. Das Klosterfischingen zeigen wir Ihnen aber nicht nur aus der Vogelperspektive ganz und gar nicht, wir verraten Ihnen auch, was sich hinter den altehrwürdigen Klostermauern verbirgt. Überraschung zum Ersten, wie mit Pilgrim-Bier die hohe Braukunst zurück zu seinen klösterlichen Wurzeln kehrt. Überraschung zum Zweiten, warum die peruanische Küche mehr ist als Meerschweinchenbraten, beweist das Restaurant Papa Ceviche. Überraschung zum Dritten, warum wir Schweizer 2016 kulinarisch auf südpazifischen Wellen reiten sollen. Haben Sie gewusst, dass man zum Bier im Mittelalter aus flüssigem Brot gesagt hat und vor allem den Kindern zum Trinken gegeben hat? Oder, dass es vor allem Klöster waren, die die Qualität des Bier durch die Zugabe von Hopfen verbessert haben? Einer, der das definitiv weiss, ist Martin Wartmann. Der Bierbrauer in der vierten Generation ist zurück zu diesen Wurzeln kehrt. Im Kloster Fischingen braut er das einzig echte Klosterbier der Schweiz. Unsere Experten, Andreas Krummes, trifft Martin Wartmann zum ersten Experten-Talk. Lieber Martin, schön, dass wir bei dir sein dürfen in der Klosterbrauerei in Fischingen. Die erste einzige Klosterbrauerei in der Schweiz. Du brauchst innovative Traftbiere. Wie verändert sich der Schweizer Markt in diesem Bereich? Wir brauen hier acht verschiedene Bieren, Craftbier, und zwar in drei Kategorien. Das einfachste sind die kleinen Fläschchen mit 5,5 Prozent, dann brauen wir Trippel. Das sind mit Champagnerflaschen, Flaschengärung, die haben 10 Prozent Alkohol und dann haben wir noch Grand Cru. Das sind die Eliten eigentlich mit 14 bis 15 Prozent Alkohol und davon haben wir insgesamt acht bis neun Bier an Lager. Das ist effektiv eine neue Situation, auch für die Gastronomie. Man merkt ja, dass die Brauereibranche mit Kleinbrauereien überschwemmt wird. Es kommen immer wieder kleine innovative Brauereien auf den Markt. Was heisst das jetzt für die grossen Brauereien in der Schweiz? Wir müssen jetzt Angst haben für den Kleinen. Ich denke, nach 50 Jahren Monotonie durch das Kartell mit Lagerhell, wo man eigentlich rund um die Schweiz das gleiche Bier trinken hat, bricht es jetzt tatsächlich auf. Also das drückt von allen Seiten rein und es hat eine Menge innovative Kleinbrauere unterwegs. Die wirtschaftliche Bedeutung von denen ist also praktisch noch zu vernachlässigen. Das sind 0,1 und 0,2 Prozent und weit weg von einem Problem für die Grossen. Wobei sie natürlich aufmerksam schauen, was da passiert und sie sind eigentlich eher begeistert, weil das treibt bei der Belebung des Biermarkts. Die vielen Kleinen bewegen etwas, sie ziehen die Leute an, sie erklären, sie missionieren fast für Bier und das hilft natürlich am gesamten Markt. Was passiert jetzt? Tut jetzt Heineken-Karlsberg-Feldschlässchen kleine Brauereien brauen und unternahm auch Kraftbier verkaufen? Das ist nicht genau so und das ist vielleicht etwas, was viele Kleine unterschätzen, weil die Grossbrauer, die internationalen Konzerne, haben natürlich schon lange reiche Paletten an Kraftbier. Heineken hat jetzt gerade wieder einen amerikanischen Kraftbier übernommen. Die können eigentlich sofort mit Produkten im Markt rein, wenn sie wollen. Es ist einfach noch nicht so weit oder der Schweizer Marktanteil von diesen besonderen Bieren ist noch verschwindend klein und in der Gastronomie kommen sie eigentlich nur marginal vor. Da hat es noch viel, viel zu tun. Also warten die grossen Brauereien, bis die Kleinen den Markt vorbereitet haben, wenn einer parat ist, dann steigen sie dann auch rein. Ja genau, das ist da, was eigentlich ein bisschen fies an der Geschichte ist. Das heisst, was man als Kleinstbrauer wissen muss, man ist nicht allein auf dem Kampffeld. Man muss wirklich gut sein, man kann einen Riemen reisen, sonst hat man das Risiko, dass man irgendwann abgefangen wird. So Veränderungen bedeuten ja auch immer wieder Chancen. Chancen sicherlich auch für die Gastronomie ein anderes Sortiment aufzubauen. Merkt man das im Markt? Das ist eigentlich noch ein ungepflügter Acker. Also Bier kommt in der Schweizer Gastronomie eigentlich praktisch noch nicht vor. Das kommt schon vor, aber immer noch viel zu viele einfach standardisierte Produkte. Die echte Vielfalt sieht man nur vereinzelt. Das ist noch weit weg und da hat es noch hoches Potenzial. Wenn ich jetzt innovativer Gastronom bin und die Nase ein bisschen im Wind habe, dann müsste ich ja eigentlich auf so einen Zug aufspringen. Kann ich mir jetzt einfach verschiedene Flaschenbiere ins Sortiment stellen und sagen, jetzt bin ich im Trend im Biermarkt? So einfach ist es nicht. Zuerst muss man sich mit dem Thema befassen. Denn Bier ist ein riesiges Spektrum. Es gibt 80 definierte Bierstile mit Dutzenden von Sorten, von Varianten. Und die Voraussetzung ist, dass sich der Verantwortliche zuerst einmal mit dem Thema befasst und selber daraus kommt. Auch eine Ahnung hat von den Biersorten, wie viel es dann schmeckt. Und vor allem auch sehr schnell merkt oder sieht, was er mit denen kann machen, sei es mit der Küche oder mit den Barangebote. Und dann geht es eigentlich erst um die Evaluation der richtigen Bier. Also spannend, was uns noch erwarten wird da in dem Biermarkt in der Schweiz. Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und sollte ein Gastronom Fragen haben zum Thema Bier, kann er sicherlich auch telefonieren. Ganz sicher. Und wir haben eine Webseite, wo man auch sehr viele von diesen Produkten findet. Und wo wir auch eine kleine Degustations-Set drauf haben, wo man kann probieren. Also Martin, nochmal vielen Dank, dass wir da bei dir sein durften im Kloster Fischingen. Und natürlich würde ich jetzt auch nochmal sehr gerne mit dir anstoßen. Denn auf deinem Auto sehe ich Pilgrim, ein Bier für Freunde. Und ich glaube, wir dürfen uns als Freunde bezeichnen. Und in dem Sinn, cheers, cheers. Wenn es mich seit langem wieder einmal ins Kloster Fischingen verschlägt, dann möchte ich genau wissen, was sich hinter dieser Braukunst verbirgt. Wir von bester Swissgastro bewegt, nehmen Sie jetzt mit auf einen kleinen Rundgang. Hier gärt das Pilgrim-Bier. Das einzige echte Klosterbier der Schweiz. Martin Wartmann kehrt damit zurück zu den Wurzeln der Bierkultur. Sein Pilgrim? Definitiv ein Bier, das aus der Masse heraussticht. Wir gehen auch hier zurück an die Wurzeln, an die alten Herstellungsweisen. Die haben zum Teil überlebt in den Benediktinen- oder Trapiterklöschlern in Belgien. Wenn wir das übernehmen können, können wir das übernehmen. Und die Basis sind mehrere verschiedene Malz, zum Teil auch noch Gewürz- oder Kandiszucker. Dann sind nicht eine Hefe, sondern wir haben vier oder fünf verschiedene Hefe, warmgärende Hefe. Und wir haben vor allem auch drei Gärungen, nämlich die erste Gärung in den offenen Butteren, dann eine zweite Gärung in den Tänken und eine dritte Gärung in den Flaschen mit den Champagner-Zäpfeln drauf. Und das ist eigentlich in dieser Art einzigartig. Acht bis zehn verschiedene Biersorten werden im Kloster gebraut. Keine Konkurrenz für die grossen Brauereien. Aber bereits jetzt schon fast ein heiliger Ort für echte Kenner. Ich bin selber überrascht über die Begeisterung von den Leuten. Ich meine, in Fischingen sind wir tatsächlich nicht im Auge des Taifuns. Wir sind da irgendwo im Tanzapfenland oder in der Natur am Waldrand. Und ich würde Ihnen sagen, das ist völlig überraschend, wie viele Leute jetzt dahinteren pilgern, in die Kleinbrauerei. Und die stehen staunend vor dem Gestell und staunen einfach und lassen sich überraschen von dieser Vielfalt. Und ich glaube, was wir hier machen, ist es fast ein bisschen die Pionierarbeit im Entwickeln einer neuen Schweizer Bierkultur. Martin Wartmann ist Bierbrauer in der vierten Generation. Seine Leidenschaft für den Hopfensaft ungebrochen. So mancher Mann dürfte ihn um diesen Traumjob beneiden. Ja, zwickern ist natürlich hervorragend. Das ist fast ein Hobby oder am Morgen schauen, wie das Bier ist. Aber es ist natürlich ernsthaft. Es geht darum, um Qualitätskontrolle und schauen, wie die im Tankkitz gären und reif werden. Unterstützt wird Martin Wartmann vom Brauer und Melzer Sebastian Merck. Was macht euer Bier besser als anderes Bier? Bessern, ja, das ist spezieller. Wir vergären offen, wir geben dem Bier eventuell mehr Zeit als manch andere größere Brauereien, die halt auch unter Druck stehen, wie wir natürlich auch. Aber wir können mehr experimentieren oder wir haben ein bisschen die Möglichkeit, das Bier wirklich zu beobachten, wenn es offen gärt. Wir können reinrichten, wir können sehen, was es macht, wie es arbeitet. Der junge Münchner hat seine Berufung bei Pilgrim gefunden. Hättest du gedacht, dass du jemals in einem Kloster arbeitest? Nein, sicher nicht. Da werde ich auch mal verarscht, wenn ich schon einen Kittel trage oder Bruder oder Pater geworden bin. Nein, das glaube ich, hätte ich nicht gedacht. Und so macht das Klosterbier zwar keinen zum Mönch, aber so manchen zum zeitweiligen Pilger. In unserer letzten Sendung haben Sie es gehört. Einer der grossen Trends in der Gastronomie 2016 ist die peruanische Küche. Wir sind neugierig geworden und haben darum mal genauer in den Kochtopf geschaut. Eigentlich weiss man ja nur, dass es in Peru auch gerne mal eine Meersäule auf dem Teller gibt. Ein Erfahrungsbericht aus dem Restaurant Papa Ceviche. Es wird als einer der Food Trends des Jahres gehandelt. Essen aus dem Land des Machu Picchos. Gezaubert wird es von einer internationalen Küchenmannschaft. Voll des Lobes für ihr südamerikanisches Handwerk. Exotisches aus Peru. Sie haben japanische Einflüsse, sie haben europäische Einflüsse, eigentlich alles. Und das Gute ist, für mich persönlich trifft es genau den Geschmack, so wie sie kochen dort die Peruaner, weil sie haben wirklich, sie machen aus allem, machen sie etwas richtig, für mich persönlich was richtig Geiles. Wirklich sehr gute Produkte, sie verarbeiten es gut. Miguel Pantoja ist der einzige waschechte Peruaner in der Küche. Er ist stolz darauf, seine Nationalgerichte Schweizer Feinschmeckern kredenzen zu dürfen. Die peruanische Küche hier im Papa Ceviche ist eine Adaption des Originals an den Schweizer Geschmack. Unser Ceviche ist eine Schweizer Variante, etwas ganz Besonderes. Es ist etwas wirklich sehr Spezielles. Geschäftsführerin Nicole Loppacher hat aller Exotik zum Trotz eine schwierige Aufgabe. Die Lage des Lokals hat keinem ihrer Vorgänger Glück gebracht. Die letzten drei Gastronomen haben es nicht geschafft, ihre Konzepte an derselben Location nachhaltig erfolgreich zu machen. Haben Sie dem Rechnung gedreht? Nein, ich habe mich jetzt gar nicht beeinflussen lassen. Ich habe gewusst, das ist ein cooles Konzept und ich habe immer an den Erfolg geglaubt. Und bis jetzt müssen wir sagen, können wir sehr zufrieden sein. Die Leute kommen und wir sind gut besucht. Die Exotik scheint im Zürcher Kreis 4 anzukommen. Auch an der Bar wird voll auf Peru gesetzt. Best of Swiss Gastro bewegt, hat es in der letzten Sendung bereits vermeldet. Pisco Sour avanciert zu dem Trendgetränk des Sommers. Im Papa Ceviche ist es sogar in ausgeflipptesten Varianten erhältlich. Also die, die es gerne ein bisschen scharf haben, die müssen dann mal unsere Infusion mit dem Chili probieren. Das ist noch sehr spannend, ein Pisco Sour, wo dann scharf wird im Abgang. Das Papa Ceviche ist sicherlich ein Besuch wert. Für Besucher mit etwas Wagemut. Ganz extrem wird es jedoch nicht. Das peruanische Nationalgericht Cuy mit Meerschweinchenbraten sucht man auf der Karte vergebens. Warum keine Meerschweinchen? Sind in der Schweiz verboten. Und es gibt immer die Abneigung in der Schweiz. Man hat immer, wie soll man es sagen, man hat immer die Abneigung. Man hat immer so das kleine süße Gesicht von dem Meerschweinchen. Wenn du eine Tochter hättest und die hat dann so ein kleines süßes Meerschweinchen und du würdest dann von heute zu ihr sagen, hier das Cuy würde sie nicht essen. Das ist wie wenn du nach Deutschland kommst und zu den Deutschen sagst, sie sollen Pferd essen. In der Schweiz wird Pferd groß sehr gerne gegessen. In Deutschland ein No-Go. Unsere Sendung über Überraschungen und Exotik in der Schweizer Gastrolandschaft geht schon langsam wieder am Ende zu. Zum Schluss, wenn wir ihnen aber noch ein bisschen Sonne ins Herz zaubern. Uns tritt zu nennen in die Südsee. Dass sie mehr zu bieten hat als nur Traumstrände und Palmen, bewies das Restaurant Maori im zürcherischen Schlieren. Egal zu welcher Jahreszeit. Im Restaurant Maori im Herzen des Limmertals herrscht ständig mildes Südseeklima. Und das seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren. Die sogenannte Pacific Rim Cuisine nach Schlieren gebracht hat dieser Herr. Stefan Bernett, Geschäftsführer, Besitzer und Trendsetter. Das hawaiianische Konzept, das Pacific Rim, kann man sagen, ist eigentlich eine Kombination von asiatisch, von USA, Amerika, Westküsten. Es hat einen neuseeländischen Einfluss drin. Es ist extrem breit, extrem spannend. Und man kann eigentlich von Fisch zu Fleisch alles kombinieren. Es braucht Mut, ein Genusskonzept dieser Art in der Agglomeration von Zürich umzusetzen. Laufkundschaft? Fehlanzeige. Trotzdem spült es die Kundschaft täglich in das Restaurant mit Pacific Ambiente. Ausgezeichnet mit dem zweiten Rang in der Kategorie International des Publikumspreises Best of Swiss Gastro. Man muss sich überlegen, warum sollen jetzt die Leute zu mir kommen und essen? Weil wenn sie Hunger haben, können sie zu Hause essen. Sie wollen etwas erleben, sie wollen etwas Spezielles haben. Und man muss ja irgendwo durch. Ein bisschen die USPs oder die Unix Special Products, die muss man einbauen in sein Konzept. Und wegen dem kommen die Leute zu einem. Und wegen dem ist man das, was man dann schlussendlich erwischt. Die USPs entstehen hier. Herr der Pacific Rim Cuisine ist Marco Marc. Hier zaubert der Küchenchef ein typisches Gericht. Beef and Reef. Zartrosa gebratene Rindskeleestreifen kombiniert mit Black Tiger Krewetten und frischem Gemüse. Die Kombination von Fleisch und Fisch zeichnet die vielseitige hawaiianische Küche aus. Es ist schon eine Herausforderung, Fleisch und Fisch. Viele kennen es nicht. Auch durch die Gäste nie anzubieten, außer versuchen, sie uns schmackhaft zu machen. Das ist eine Herausforderung. Auch für mich selber ein neues Ziel zu erlernen. Auch für mich selber persönlich. Das ist das. Auch bei diesem Gericht weht einem eine sanfte Südseebrise um die Nase. Ahi-Tata-Tiki-Sticks. Eine exotische Kombination aus Thunfisch-Tata, Machtelei und Pesto-Crostini. Man wächst immer mehr da rein. Und jetzt ist es hauptsächlich nur Pacific Rim Cuisine. Und dann hier lernt man immer mehr dazu, wie das auch funktioniert, dass die Gäste auch das mögen. Mit seiner Pacific Rim Cuisine entpuppt sich das Maori als exotische Perle in der Schweizer Gastronomie-Landschaft. Mahalo! Stefan Bernet und sein Team freuen sich auf Sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihnen irgendwann im Verlauf dieser Sendung das Wasser so richtig im Mund zusammengelaufen ist. Und genau so soll es auch sein. Aus der Frosch-Perspektive verabschiede ich mich jetzt von Ihnen aus dem Kloster Fischingen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.